hey youtube da bin ich wieder und zwar möchte ich euch kurz was zeigen und zwar ja komm komm hierhin ja komm sehr gut und zwar habe ich mir für unglaubliche 10 euro habe ich mir das hier gekauft für unglaubliche 10 euro bei teddy das ist so eine kleine mini anlage da lege ich jetzt kann man hier die sim karte einlegen die sd karte hier in den schlitz und das mache ich jetzt mal gerade dann lege ich die sd karte mal kurz ein kommt das so hält nein das wird glaube ich doch so kann es gehen so legen wir hier bei der sd karte ein und da würde ich mal sagen gibt es einen ganz kleinen soundcheck dass die erst mal hier so drin ich mache die erst mal an das ist richtig hammer weil du musst auf die beleuchtung beachten das ist so cool das ist so geil das teil ja gut da war jetzt keine beleuchtung ja das ist so geil das teil mal eine kleine rolle anlage ist das das ist so cool nur für 10 euro finde ich kann man nichts zu sagen finde ich hammer geil finde ich so etwas zu sagen denn das ist so funktioniert relativ viel laufstärke und das ist so cool noch nicht bis auf die Das ist so übelst laut ey, ich sag's euch ey, hammergeil. Aber hört man's, haben das Macher-Laufsprecher nicht mehr mit. Boah, für 10€ kann man nix die Gaben finden. Hammergeil. Ja, was ist das? Ja, ich mach mal ganz kurz aus, weil... Ich mach mal ganz kurz aus, weil... Ach, Moment, ich mach die nochmal... Einmal so aus und mal so an. Ja, und jetzt... Nein, was soll ich sagen? Ruhe. Geil, ich liebe das Ding, das ist so cool. Jetzt habe ich hier zwei Gummibänder. Und jetzt wollte ich euch mal zeigen, wo ich die... Also wo ich die hin tun würde. Erstmal provisorisch. Und dann, ja, dann fahr ich mit euch mal hier so ein bisschen rum. So. Jetzt ist es wieder ruhig. Aber nicht mal lange. Ich glaube, es ist ein Kaltstart. Und so, da ist eine kleine Box. Ich glaube, der Motor ist lauter als die Box. Ich probier's mal kurz aus. Du bist ein Fallstart, ich wundern, ne? So, ich hab den nochmal neu eingestellt. Dann fährt er voll ab. Jetzt fährt er genau 30. Keiner S naval empty. Dann fährt er gerade auf, canoe gesagt. Und jetzt fährt er voll. Ja, und zwar. Hey, ja. Dann fährt er live. So, da schon mal. Und dann geht's kommen. Drei Stück, zehn Uhr ist es nicht so, das ist klein. Und advertisements ausw Environment einfacher. Dann lasst uns hier in ein casell socials collaboration. Boah, ist das geil, guck mal, wie geil. Hey, da geht's gleich ab, das ist ja ein bisschen Zeit am Bergen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Haha, das ist so schön. D-J-A. Oh, mein Gott. 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 Soll ich euch noch mal kurz zeigen. Das wollen wir euch noch mal kurz zeigen. Und dann möchte ich euch auch sagen, dann bis zum nächsten Video. Und ja, haut mal rein. Ach geil. Hammer geil. Jo, dann bis zum nächsten Video. Na, haut mal rein, meine lieben Leute.